Musik Hallöchen ihr Lieben und willkommen zum Star Stable News Update vom 28.03.2018 Ja, diese Woche sind zwei Special Events in Turbic angekommen Einerseits das Oster Event, auf das ich mich schon riesig gefreut habe, was eins meiner absoluten Lieblings Events ist Und andererseits ein neues Event, und zwar das Regenbogenrennen Und zwar ist das sowas wie eine Art Regenbogenreich Es gab ja bereits Anfang der Woche auf Instagram einen kleinen Trailer zu sehen, sagen wir mal Einen kleinen Sneak Peek Dort sah man, dass man in den Wolken über eine Regenbogenstrecke reiten konnte Um diese Rennstrecke, beziehungsweise um diese Gegend erkunden zu können, müsst ihr zu Mika Stone Rounds Und diese findet ihr bei Delois Abbey, das ist zwischen Moorland und Fort Pinter Dort findet ihr jetzt einen rot-blauen Heißluftballon, das ist eigentlich nicht zu verfehlen Und wenn ihr mit Mika sprecht, sie bringt euch direkt ins Wolkenreich Dort könnt ihr dann ein spezielles Rennen machen, wo ihr Hufeisen sammeln müsst Je mehr Hufeisen ihr sammelt, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt euer Pferd Und dieser Ort wird bis 25. April verfügbar sein Also wenn ihr jetzt Pferde leveln wollt oder euch das mal angucken wollt, solltet ihr es auf jeden Fall nutzen Später folgt von mir auf jeden Fall ein Video dazu Aber jetzt kommen wir zu dem Osterevent Das Osterevent ist wie jedes Jahr könnt ihr bei Felix starten Ihr könnt die kleine Ostereiersuche an folgenden Orten durchführen Das wäre einmal Harold in Silverglade Dann Barney bei den Silverglades Feldern Landon bei seinen Schafen, sag ich mal, bei dem Hasenrennern Frau Holswood in Moorland Dann der Wächter in Fort Pinter Carney auf dem Beingut Felicity in Feargrove Avalon in Vailday Jasper im Goldblatttal auf seiner Farm Klaus im Westgap Fischerdorf Eva beim Goldblattstall Iris am Aidensplatz Und Leonardo am Gavanasfall Wenn ihr die kleine Eiersuche erledigt habt, könnt ihr die große Eiersuche starten Ihr findet diese Eier in ganz Gerwig verteilt Es sind insgesamt 15 an der Zahl Ich werde schauen, dass ich spätestens morgen ein Video zu allen Orten hochlade Aber Achtung, es variiert bei jedem ein wenig Also, ich sag mal, es ist immer ein bisschen woanders Aber sobald ihr das Gackern hört von einem Hund Ähm, ist dieses Ei in der Nähe Natürlich gibt es auch wieder sämtliche Ostershoppingstände, sag ich mal Das neue Outfit sieht man auf der Homepage von Starstable Bereits Mir gefällt es wirklich wahnsinnig gut Schnell alleine, deswegen werde ich schauen, dass ich auf jeden der drei Accounten möglichst viel finde Und diese Woche baut der Pferdemarkt in Fort Pinter auf Das war's eigentlich soweit für diese Woche Ich wünsche euch viel Spaß bei dem neuen Rennen Ich mach mich auch gleich auf den Weg Sobald ich die Folge hier geschnitten hab Ähm, dazu werden definitiv auch separat Videos kommen Ich werde aber separat eine Playlist dazu machen Da ich nicht weiß, wie viele Parts das werden Viel Spaß bei der Ostersuche Da kommen natürlich auch mindestens wieder zwei Videos von mir Und dann wünsche ich euch auch jetzt schon ein schönes Osternwochenende Feiert schon mit eurer Familie Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin Tschüss